Wir sind heute zu Berlding, wo wir die Dachschaltseite von der Strassenbelichtung umstellen. Wir machen das im Kader der Nationalen Kampagne Zusammenspuren. Wir haben in Rundrisch gemengenweise so gefreut für die Strassenbelichtung, ob wir das neue Fünnbauer auszuhalten und die Jungenbauer auszuhalten. Wir haben an alle den Chef aus dem Mieterhanken den Strommost. Mit den Mietern haben wir zwei Ausgangskontakte für Geräte zu steuern. Wir programmieren die zwei Kontakte so, dass mit dem Sonnenabgang und dem Sonnenabgang nur noch rausgehen und wir holen dann noch einen Kontakt für eine Nahrung von einem Fünnbauer auszuhalten. Der vierte Teil davon ist, dass man da noch nicht Platz kommen muss, um die Dauerzeiten zu ändern. Das kann man da noch eine Distanz machen. Natürlich passt man darauf ab, dass man die Strassenbelichtung an einem Dörf sind, und das auch schon da auch umstellen. Nicht, dass die Strassen zeitweise unten an aussieht. Die Trommest King Der zweite Teil davon ist, dass der Tag L play, das auch schon fair an Thekram und die Kernenzüggen und diese Kontakte zu ändern.